Das ist lange nicht das, was Danny zurückkriegen soll, aber wir haben Danny jetzt gerade mal ein Sixpack Heineken vorbeigebracht. Das Ding ist, wir haben die am See ausgetrunken, wieder zugemacht, Alter, und dann den Sixer zurückgestellt. Du blöder Wichser, das Bier ist leer. Ja, das ist übrigens das besagte Bier, was sie mir mitgebracht haben. Vielen lieben Dank, aber die Rache bereite ich jetzt vor. Moin, heute ist übrigens der Tag der Tage. Heute kriegen die beiden Pissbacken das zurück. Der Streich ist fertig. Ihr seid natürlich auf jeden Fall dabei. Ich muss mal gucken, ich beobachte die jetzt, wo die hinfahren. Ich weiß nicht, ob ich das in der kurzen Zeit schaffe, das ist nicht nur ein Ort weiter. Naja, gucken wir mal, mal gucken, was passiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis gleich. Die beiden Kameraden sind jetzt am Nordstrand, habe ich gehört. Die wollen auch nie wieder woanders hin. Auf zur Tat. 2000 Jahre später. So, jetzt schnell wieder weg. So, liebe Freunde, der Musik. Uns erwartet Schlimmes, glaube ich, oder? Und wir fahren jetzt auf dem Hof, um zu sehen, was da passiert ist. Okay, es ist noch nichts zu erkennen. Also können wir davon ausgehen, dass er irgendwas in die offene Scheibe geworfen hat. Der blöde Pissbackenkönig, Alter. Wir lassen uns überraschen. Was für ein Wichser. Alter, so ein Stricher, ey. Paar Singer-Jobos, Alter. Ja, Danny, Herausforderung angenommen, Alter. Natürlich geht's weiter. Und nur so viel Mühe, ne? Also wir haben ja noch Spaß gehabt beim letzten Joke und haben Sixer vernichtet, Alter. Das muss ja unheimlich viel Aufwand gewesen sein, mein Freund, Alter. Das muss ja unheimlich viel Aufwand gewesen sein, mein Freund. Vielen Dank.